Hallo meine Lieben, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Sheila und Friseurin bei Friseursalon Salon. Für mich stimmt hier einfach das Gesamtpaket. Junges Team, moderner Salon, coole Musik. Und ich fühle mich hier einfach wohl. Meine Spezialität und Leidenschaft liegt bei Balayage. Ich liebe die Balayage-Technik, weil man damit einfach sehr schöne und unterschiedliche Ergebnisse kreieren kann. Balayage ist einfach genial, weil ich sehr individuell auf dich und deine Haare eingehen kann. Wenn du auch ein richtig schönes Balayage haben möchtest, dann buch sehr gerne einen Termin bei mir und ich freue mich auf deine Haare. Bis bald.